so und weiterspielen nicht dass ich wieder von vorne anfangen muss also wir müssen cyber zerstückeln und jeden tag eine scheibe abschneiden okay ich sag mal meinen der voraus mal bei jedem will der mir den server nicht mehr zeigen doch gehen mal laut anleitung in der info dein hörchen geraschel was raschelt hier rum ich bist du nicht mehr alleine ich esse erstmal pilze wo hat sich eigentlich der melvin ausgelockt da kann ich feuer legen zugeordnet internet und dann ganz oben mir fehlen noch vier knochen rüstungsteile ich geh erstmal zum palim palim schiff und hol mir den music player das zeigt mir ohne scheiß das zeigt mir deinen server nicht an also aber geladet auch grad noch was er hat dann lassen erst mal zu Ende laden ja erst wenn er zu Ende geladet ist geladen ist immer noch nicht ist ja blöde Kompass bekommen die nicht aus der Hand der klebt mir da fest oder so ähm hast du vielleicht auch Baumharz an den Fingern ja weiß ich wirkt ihn einfach nicht entrüstet na sowas ja dann lau ich jetzt mit dem Kompass rum ich find erstmal runter Alkohol durchbringe hey hallo ich bin der Kompass Junge was nix oh alter alles klar ich geh auf die Yacht was dann bei mir ruckelt's so und dann kommt da so ein Vieh angelaufen ganz ehrlich John einfach über dich rein äh nur wenn das geht ja stimmt wir haben über den Kompass Junge Bescheid ja der Passwort dann komm witz lern vom Kompass so so blöde Kompass Melvin und sein Kompass der geht mit solang's nur der Kompass ist solang's nur der Kompass ist ja was soll ich denn sonst hehehe ja äh deine Frau im Haus ist ja nicht mehr da Melvin ja aber hier findet sich schon was he äh bitte was hehehe ich wollte ich nenne euch hui da läuft einer also wir sind ja schon genug ne also zwei äh ich glaub er jo ich glaub er hält sich mehr zu ein sag mal Melvin wieso schickst du die jetzt zu mir an den Strand was fällt denn dir ein äh Strandparty ja toll halt dein Maul ich hör die schreien ja ich auch komm mal zu dir ui ui ja lo, ich will abstürzen bitte connect den Klein hallo A ja hier nimmert die Schuldkröte auseinander, da haben wir noch einen Panzer okay ich hab auch stehen im Endeffekt äh ja ja uh hihihi wie er wegrennen will jetzt schon kein Bock mehr Wieso wohl? Komm mit, Kumpel! Mein PC will mich nicht reinlassen! Der Kompass ist weg! Warte mal, den Kompass? Da brauchst du dir doch bloß eine andere Waffe auswählen. Nee, das ging nicht. Ich hab L gedrückt, dann hat der Feuerzeug rausgeholt. Und dann ist es verschwunden. Wieso steht der Connecting Klein? Ja, das ist deine Freundin. Oh, die ist glatzköpfig. Egal, die hinterlässt in der Dusche keine Haare. Jo, Eik. Ja? Sag bei mir die ganze No-Connecting Klein und lass mich nicht rein. Ja, er müsste dich normalerweise reinlassen, weil Maven kommt ja auch instant drauf. Ja, ich hab ja auch das Waffe eingegeben. Richtig? Ja. Ja. Da steht nur die ganze Zeit Connecting client. Da musst du warten, glaub ich. Nee, da drüben sind noch zwei. Egal, du kümmerst dich. was du machst das schon ich log die gleich zu dir was nix mir geht's gut wie viele rüstungsteile brauchst du jetzt noch acht ja okay dann müssen wir die wirklich hierher locken ja da hinten sind noch welche rumgelaufen stellen wir sind tot im Sinn der ist Alkohol manchmal drin weiß ganz nicht mehr laufen werden ja habe ich schon ok die sind weg ist ja nicht das erste mal dass wir hier sind ok die sind einfach weg da liegt noch ein Schädel den kann ich nicht mehr ich kann den Schädel nicht mehr aufnehmen so eine scheiße genau Baumharz Fisch ist eins zwei drei ich glaube wir brauchen noch so eine trocknen Stelle hier noch einer ach nee lieber nicht ich lege da eben mal Essen hier auf den ich habe den Fisch gar nicht eingefangen so jetzt so so ey das wird so ein Spaß treiben leil du hast gerade geleckt ja 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 zu lange nicht was leckt das kommt das kommt also ich brauche noch ein Rüstungsteil das heißt noch drei Knochen dann wäre es durch dann könnte man für dich anfangen melden yay ich gehe mal gucken ob ich noch einen Toten finde ach äh ja einen Toten alles klar ja boah ich wollte sowieso mal in die ähnliche Richtung da hinten weg damit da hinten ran so denn ich habe noch zwei davon achso für melden wollte ich noch was ja ne kann ich jetzt nicht machen scheiße dann mache ich die halbe Base kaputt du 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 ich hole wie jetzt habe ich wieder den hm so ähm palim 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 Felde wie geboren ja ich wollte eigentlich so eine dynamit äh in die Stange rein werfen bei dir achso so ist das ja aber dann ist mir aufgefallen dann würde ich ja die anderen Bäume schrotten wo wir was dran bauen ja äh stock was machst du mit nem stock sammeln sicher ja sammeln und tauschen hä wo ist der Wagen hin ich mach nochmal auf der Seite also die habe ich auf jeden Fall nicht weggeschoben ich weiß was er nicht was abgeschoben warte oh Melvin deine Freundin ist hier gerade angekommen die hat sogar Haare auf dem Kopf oh bringen sie mal mit die hat ein Freund dabei ah er töte einfach ihren Freund ich renne wieder voll in die falsche Richtung was warum soll ich den töten schade dass man die nie versklaven kann dass die für ihn arbeiten bei Conan Exile geht das also bei Conan Exile geht das also oh Alter oh oh drei stück haha Ike ja Hilfe ich bin nicht da du hast meine Freundinnen eine eine frauen zwei Männer das äh boah die machen 3er was denn ich hab noch nicht oh oh siehst du dass es nur ein 3er ist Ike naja Melvin muss die Kamera halten auf zu schreien traurig jo der hat sich aus dem Wasser getragen äh willst du denen jetzt das Rippen beibringen ey jo da sind noch 3 jetzt brauche ich wirklich deine Hilfe ich bin aber grad jetzt sind 4 Stück ich bin aber grad nicht in der Nähe ich bin grad Dynamit holen oh der ist wieder aufgestanden werf doch einfach Molotow hin oder verbrenn einen oder verbrenn einen Toten die Frau ist auch wieder auf die stehen alle wieder auf hier sind 5 Stück oder 6 keine Ahnung dann 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 Hilfe komm bitte nicht zu mir in die Richtung ach danke danke ich schätze das äh ich glaube ich hab mich grad extremst verlaufen was ich aber nicht schätze ist dass mein PC der verfick nochmal weigert mich auf den verfick auf den lieben Server von dem Ike zu lassen in einer Weibnis gibt es nicht also du kannst instant drauf kommen Melvin warum hatten wir in dem einen Dorf nicht so ein Ding gebaut damit ich weiß wo das ist ich hab mich verlaufen ich hab mich verlaufen ach ne ich hab's gefunden ich bin nur unten am Bergland gerannt ja aber das schöne ist mich lassen so in Ruhe ich bin rot ernsthaft? ja ja auch so was hattest du gesagt eine Signal also eine Standfackel soll ich bauen ja entweder hieß es Signalflagge oder Standflagge warte ich gucke Standfeuer gibt es hier äh äh der ist weiter hinten ich hab's gefunden das ist bei Signalflagge Triebsmittel äh 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 nachschauen ich bin gleich auch auf dem Zerper Essen Lagerung bei dem blauen ah ich bin schon wieder im Flugzeug äh äh meine Maus ist gerade weg meine auch äh äh Saibot kommt drauf Silverleck ah jetzt war ich was äh das ist gemein oh Gott das doof ist ich kann mich nicht mal bewegen doch jetzt ich wohl jetzt drei Stück machen bei dem blauen Lagerung oh Signalflagge bei ähm Betriebsmittel blauen Betriebsmittel Betriebsmittel äh das hellblaue ach hier davon ist die Signalflagge für zwei Stunden einstopp halt ich hab's gefunden nö ich bin jetzt weg alter ich bin ne er flüchtet ich schlag mich nicht mit denen rum ich hab jetzt schon vier ermordet und jetzt sind hier nochmal vier Och Melvin ne das mach ich nicht mal mit Melvin du kranker Mörder das mach ich nicht mit also bei mir laufen nur Echsen rum und äh Hoppelhäschen apropos ich muss nachher nach meinen Hasen Fanggeräten gucken ich seh da ein Kloster bei mir läuft nur ein Alk rum bei mir läuft ein Kloster rum was? ja achso ich ich schlag dich äh hehehe oh hier sind irgendwelche weißen also äh 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 Melvin nein die laufen noch nein nein ahja Melvin schon mal aufgefallen dass du selber weißt bist ich hab hier grad wirklich Stress also ich würd mich jetzt wirklich über Hilfe freuen ja ich versuch zurück zu kommen ähm nicht ähm ich geh zur Jacht achso warte mal ich werd ja gar nicht angegriffen die beten mich ja jetzt nur an ich lass mir zeigen was ich schau meine Folge und zeh wie viele das sind jo gehen die echt hin und beten dich an ja weil ich rot angepinselt bin frag mich nicht warum oh geil ich muss nen Pinsel und russer Rabe kaufen aber Melvin soll ich dir mal was sagen ich lauf jetzt langsam dass sie mir hinterher kommen ich spring ach nö nö da tu ich mir nicht ab Leute hier ist Ende von der Folge Projekt nein der ist irgendwie weg jetzt der will nicht mehr mit mir mit das ist ein Arsch oh also Melvin hat keinen Bock mehr sooo aber meine Folge ist hier zu Ende